Herzlich willkommen zur nächsten Etappe unserer Web-Talk-Reihe OER finden und erstellen für Lehrerinnen und Lehrer. Mein Name ist Christina König und ich bin Transferpartnerin bei OER Info für den Bereich Schule. Ich freue mich, dass ihr dabei seid bei unserem neuen Web-Talk. In den vergangenen Wochen hatten wir ja schon die Themen Fundgruben für OER im Internet, Fundstellen für frei verfügbare Bilder, Tipps und Tricks zum Lizenzieren und heute geht es um das Thema Tools wie Quizze und Rätsel für den Schulunterricht selber machen. Die Lehrkräfte unter euch kennen ja vermutlich dieses Thema, auch diese Fragestellung, wie hübscht man mal den Unterricht auf, wie bringe ich ein bisschen Schwung in einen Arbeitsplatz oder wie kann ich generell auch das Thema Distanz lernen ein bisschen spannender machen. Dazu gibt es Gott sei Dank ein paar wirklich schöne und hübsche Tools, die frei verfügbar sind, frei zugänglich sind und einige davon möchte ich euch heute vorstellen. Ich habe mir dabei zwei Beispiele für Printmedien ausgesucht und zwei, die im Online-Bereich stattfinden. Ebenso gibt es eine Aufteilung von freier Zugänglichkeit im Sinne, dass man sich nicht anmelden muss. Also zwei meiner Beispiele sind komplett ohne Anmeldung zugänglich. Bei zweien ist eine kostenfreie Anmeldung Voraussetzung. Also ich hoffe, es ist also für jeden etwas dabei. Insgesamt ist aber alles eigentlich sehr, sehr niederschwellig. Und jetzt gebe ich meinen Bildschirm frei. Damit ihr auch sehen könnt, wovon die Rede ist. Also spannende Tools für Rätsel und Quizze zum Selbermachen ist unser heutiges Thema. Und ich steige auch direkt ein in mein erstes Beispiel. Und zwar habe ich euch mitgebracht, das Tool Schulrätsel.de. Schulrätsel.de ist ein browserbasiertes Angebot. Ihr seht, ich bin hier jetzt auf der Startseite. Die Möglichkeiten sind überschaubar. Es steht schon oben dran. Es handelt sich bei Schulrätsel.de um einen Kreuzworträtselgenerator, der es euch ermöglicht, kostenlos Kreuzworträtsel zu erstellen und als PDF herunterzuladen. Die Seite ist sehr klar und übersichtlich aufgebaut. Und ihr seht hier direkt auf der Startseite gibt es eine Maske, in der ihr in verschiedenen Zeilen alles ausfüllen könnt, was ihr für euer Kreuzworträtsel benötigt. Also die Überschrift, eine Beschreibung und eine ganze Reihe. Das ist voreingestellt, nämlich zehn Fragen und Lösungen sowie einen Schwierigkeitsgrad, den man auswählen kann zwischen leicht, mittel und schwer. Je nachdem, wie viele Buchstaben vorgegeben sein sollen. All dieses kann man einstellen. Und wenn ihr das alles ausgefüllt habt zu einem beliebigen Thema, könnt ihr euch eine Vorschau des Rätsels erstellen lassen oder auch weitere Felder hinzufügen. Schon an dieser Stelle ein Hinweis. Es gibt auch eine Datenbank auf Schulrätsel.de, die sich speist aus den erstellten Kreuzworträtseln, die Nutzerinnen und Nutzer in der Vergangenheit erstellt haben. Wenn man dieses erlauben möchte, dann lasst bitte diesen Haken, dieses Feld frei, also nicht anhaken, denn es steht dahinter, mein Rätsel soll nicht für die Kreuzworträtsel-Datenbank vorgeschlagen werden. Und da wir ja über frei zugängliche, frei verfügbare Bildungsmedien sprechen, wäre es also schön, wenn ihr mal ein Rätsel erstellt, dass ihr das zulasst. Was kann ich in dieser Datenbank noch machen? Auf dieser Seite, ihr seht hier an der rechten Spalte gibt es eine Rubrik, die heißt Neu in der Rätsel der Datenbank. Wenn ihr also zu einem bestimmten Thema ein Rätsel erstellen wollt und möchtet euch nicht allzu viel Mühe machen, könnt ihr sogar ein bereits vorhandenes öffnen. Ich zeige euch das ganz kurz. Passend zur Jahreszeit wähle ich jetzt hier einfach mal das Winterrätsel aus und ihr seht hier schon auf einen Blick, wie das Rätsel aussieht, also die Fragen, die gestellt wurden und die Lösungstexte. Ihr könnt euch die Vorschau erstellen lassen, wie das Arbeitsblatt dann aufgebaut sein wird. Und wenn euch das gefällt, dann könnt ihr es auch gleich downloaden. Gleich downloaden, mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, denn ihr seht, wenn ich auf den Download-Button klicke, dann nicht gleich den ersten bunten Wählen. Hinter dem verbirgt sich nämlich ein Werbeangebot. Auch dieses Portal kann ja nicht von Luft und Liebe leben, also deswegen sehen wir mal darüber hinweg. Wir finden direkt darunter also die Möglichkeit, das Kreuzworträtsel als PDF herunterzuladen. Wenn ich darauf klicke, muss ich nochmal einen Werbe-Button ausklicken. Und wir sehen hier, dass wir es in wenigen Sekunden tatsächlich herunterladen können. Das zeige ich euch noch ganz kurz. So. Und hier haben wir unser schönes Winterrätsel. Fertig zum Ausdrucken, zum Abspeichern und zum Weiterverwenden. Also das ist ein sehr niedrigschwelliges und hübsches Instrument, um mit Kreuzworträtseln zu arbeiten. Wie gesagt, entweder selbst erstellt oder eines aus der Datenbank. Als nächstes Beispiel für ein Medium, das man in erster Linie im Printbereich verwendet, habe ich euch Tutory mitgebracht. Vielleicht war der ein oder die andere bei einem der vergangenen Web Talks mit dabei. Da habe ich dieses Tool bereits vorgestellt. Es handelt sich ja um ein Online-Tool für die Gestaltung von Arbeitsblättern. Ich möchte auch nur in aller Kürze darauf eingehen, was wir neben der Erstellung von Aufgaben, Bildergalerien etc. im Bereich Rätsel bei Tutory noch machen können. Dazu hole ich mir ein bereits vorbereitetes Arbeitsblatt her. Ich habe es mal wieder mit dem Eisvogel geschmückt. Und ihr seht hier schon, ich habe etliche Funktionalitäten, die auch in dem Bereich Quizze und Rätsel angesiedelt sind. In diesem Fall habe ich mir ein Gitterrätsel angelegt. Nur ganz kurz, wie das funktioniert. Ich kann das Gitterrätsel bearbeiten. Ich möchte in diesem Fall also natürlich nicht Dinge, die mit Obst zu tun haben, sondern die mit einem Eisvogel zu tun haben. Und die Suchwörter sind dementsprechend meinetwegen die Feder, der Fisch und der Schnabel. Während wir die Fallenwörter in diesem Fall lassen können, Erdbeere, Maus und Computer. Wenn ich jetzt auf Rätsel neu generieren klicke, dann seht ihr hier in diesem Bereich hat sich das Rätsel angepasst. Und wenn ich damit zufrieden bin oder auch nicht, dann kann ich es nochmal anders anordnen. Dann kann ich es so lassen. Und in der gedruckten Version würden also diese Suchwörter nicht farblich hervorgehoben werden. Ich habe noch jede Menge andere Tools im Bereich Rätsel, die ich da anfenden kann. Das kann ein Lückentext sein. Ich versuche das mal zu verschieben. Manchmal erwische ich das nicht gleich auf Anhieb. Manchmal braucht es ein Weilchen. Eine Multiple-Choice-Frage und derlei mehr. Da die Software das immer abspeichert, kann es manchmal sein, dass es einen kleinen Moment dauert, bis man tatsächlich auch die gewählten Features dann bearbeiten kann. Ich werde jetzt da nicht länger Zeit investieren, um euch auch noch in hinreichender Ausführlichkeit die anderen Beispiele vorzustellen. Auch bei Tutori kann ich euch nur ermutigen, euch da mal mit einem kostenfreien Account anzumelden. Das müsst ihr nämlich tun und das einfach mal auszuprobieren. Diese Rätsel- und Quiz-Features sind sehr einfach und niedrigschwellig anwendbar und das macht Spaß und bringt wirklich viel Abwechslung in den Unterrichtsalltag. Mein nächstes Beispiel findet wieder in der Online-Umgebung statt. Also das ist ein Tool, das keine Anmeldung erfordert und sich tendenziell eher an ältere Schülerinnen und Schüler wendet. Und zwar handelt es sich bei dem Tool Pitcher Flicker um einen Generator von Zufallsbildern, der zu Übungszwecken benutzt werden kann, um einen überzeugenden Vortrag zu halten. Beispielsweise, wenn geübt werden soll, wie eine freie Rede im Rahmen eines vorzubereitenden Referats gehalten werden soll, kann man mit diesem Instrument wirklich schön üben und sich das anschauen und ein wenig auch eine Redehemmung beispielsweise ablegen. Ich zeige euch auch hier, wie es funktioniert. Ich habe hier voreingestellt das Schlagwort Katze, aber natürlich kann man jedes andere Wort auch auswählen. Es geht ja wie gesagt in erster Linie darum, die freie Rede zu üben, auch spontan Dinge sich auszudenken und über die erweiterten Einstellungen kann ich also hier einstellen, wie viele Bilder angezeigt werden sollen. Ich wähle jetzt mal fünf und damit das auch ein bisschen zu Demonstrationszwecken benutzt werden kann. Zehn Sekunden pro Bild, wir haben also eine Dauer von 50 Sekunden insgesamt. Und wenn ich jetzt auf Start klicke, öffnet sich ein neues Fenster. Und Pitcher Flicker sucht ein paar Katzenbilder für mich aus. Und ich kann dann direkt loslegen mit meiner freien Rede oder mit den Elementen meines Referats, wenn ich das auch noch als Illustration beispielsweise brauche, das zu üben. Also ein sehr hübsches und abwechslungsreiches Tool. Es kommen auch immer wieder andere Bilder, die einen dazu ermutigen, die freie Rede und einen überzeugenden Vortrag zu üben. Ohne Anmeldung zugänglich. Ich mache es wieder weg. Also das war mein zweites Beispiel eines Tools, das ohne Anmeldung zugänglich ist. Und jetzt möchte ich euch noch das Tool Kahoot zeigen. Kahoot ist im Vergleich zu den anderen Tools, die ich euch gezeigt habe, bestimmt das umfangreichste. Das Tool, das die meisten Möglichkeiten zulässt. Hier muss ich mich anmelden, ähnlich wie bei Tutori. Es ist eine Freemail-Variante erhältlich. Das heißt, ich kann mich kostenfrei anmelden und eine Basisversion ohne entstehende Kosten benutzen, die mir aber auch schon wirklich sehr, sehr viel erlaubt. Und ich möchte euch in aller Kürze zeigen, wie das funktioniert. Ihr seht, ich habe mich bereits angemeldet. Es werden auch nicht besonders viele Daten abgefragt. E-Mail-Adresse, Name und fakultativ der Name der Schule, wenn man sich als Lehrkraft anmeldet. Ich bin zwar selber keine Lehrerin, aber ihr seht, ich habe hier einfach die Schule meiner Kinder angegeben. Das hat aber keinerlei Bedeutung. Da werden auch keine Adressdaten hinterlegt. Und ich kann direkt loslegen. Hier auf der Startseite habe ich verschiedene Optionen, was ich mit Kahoot machen kann. Wir interessieren uns aber insbesondere dafür, wie man mit Kahoot Quizze erstellt. Das kann ich auf mehrere Arten und Weisen machen. Die einfachste ist, wenn ich auf den Button Erstellen klicke. Und nun werde ich gefragt, was ich denn nun erstellen möchte. Ihr seht, in der kostenfreien Variante kann ich ein neues Kahoot erstellen. All die anderen Dinge würden einen Premium-Zugang erfordern. Wir geben uns aber gerne zufrieden mit einem normalen Quiz. Und ich kann also hier direkt loslegen mit der Erstellung meines Quizzes. Da ich aus Zeitgründen jetzt aber nicht alle Schritte mit euch durchgehen möchte, gehe ich zurück in meine Startumgebung. Und ihr seht, ich habe hier in dem Button Meine Kahoot bereits eines angelegt. Und zwar große Überraschung zum Thema Eisvogel. Ich habe also bereits Fragen angelegt. Und wenn ich jetzt euch zeigen möchte, wie das Ganze funktioniert, gehe ich wieder in den Bearbeiten-Button. Und ihr seht, was ich da gemacht habe. Ich habe also hier eine Frage eingetippt. Ich habe ein Bild eingefügt. Das Zeitlimit habe ich so belassen. Das ist das Zeitlimit für die Bearbeitung der Fragen. Und ansonsten die Antworten ausgefüllt. Bis zu vier Antworten kann ich einfügen. Es können aber auch weniger sein. In diesem Fall habe ich vier ausgewählt. Und die werden dann auch später so erscheinen. Die zweite Frage befasst sich mit dem Thema, was der Eisvogel frisst. Also ihr seht schon, so ganz ernst zu nehmen ist dieses Quiz nicht. Aber es dient ja auch nur Demonstrationszwecken. Und bei der dritten Frage, wie bekommt der Eisvogel seine Künder, können wir hier optional noch eine Antwort eingefügt werden oder auch noch eine vierte. Auch hierauf verzichten wir. Und wir geben uns also hier für die Demonstrationszwecke damit zufrieden, dieses Quiz so zu belassen. Ich klicke also auf den Ihr Smartphone gleich bei der Hand, können sich das schon mal bereitlegen und auf die Seite kahu.it gehen. Hier oben habe ich das noch mal aufgeschrieben auf meiner Präsentation. Das ist die frei zugängliche Seite, die man über den Browser erreicht, in der man dann auch den gleich den Pin eingibt, den ich mir gleich kreieren lasse. Und auf diese Art und Weise könnt ihr, wenn ihr mögt, auch gleich mitspielen. Wir spielen das jetzt also. Und jetzt schauen wir mal, was hier passiert. Ich kann also wählen zwischen Lehren und Zuordnen. Lehren ist die Umgebung, die ich als Lehrkraft in meinem virtuellen Klassenzimmer wähle, wenn ich die Klasse bei mir sitzen habe und ich das Kahoot Quiz über einen Beamer oder über ein Whiteboard aufrufen kann. Voraussetzung ist natürlich, dass die Schülerinnen und Schüler entweder über das eigene Smartphone oder über eine Computerumgebung, die die Schule zur Verfügung stellt, bei dem Quiz mitmachen können. Es gibt auch noch die Variante Zuordnung, das zeige ich euch gleich. Das ist interessant, wenn man so ein Quiz in der Distanzschule einsetzen möchte. Ich probiere es mal sehen, ob jemand von euch sein Smartphone gezückt hat. Und hier habe ich nun die Möglichkeit, entweder klassisch zu spielen, also Spieler gegen Spieler oder Teams zu bilden. Es gibt noch mehrere andere Einstellungen, die ich auswählen kann, also einen Spitznamengenerator, der dafür sorgt, dass unangemessene Spitznamen im Spiel vermieden werden. Da ist die Lehrkraft selbst gefragt und sollte ihre Klasse ja möglicherweise oder bestenfalls gut kennen, um zu vermeiden, dass unliebsame oder unhöfliche Spitznamen verteilt werden. Ich kann Musik auswählen, die Reihenfolge der Fragen zufällig festlegen. Das empfiehlt sich insbesondere, wenn ein Spiel öfters gespielt werden soll und so weiter und so fort. Ich lasse das jetzt aber alles und entscheide mich für einen klassischen Spielmodus. Und ihr seht, jetzt wird eine Spiele-Pin geladen. Die Musik setzt in voller Lautstärke ein. Ich erschrecke mich jedes Mal wieder. Ich kann sie Gott sei Dank runterregeln. Und wer von euch jetzt tatsächlich das Smartphone gezückt hat und Lust hat, der kann also hier auf Kahu.it diese Spiele-Pin nun eintragen. Ich warte noch einen kleinen Moment, ob das jemand von euch tut. Wenn nicht, gehe ich einfach wieder zurück in meinen, oh, Alisa ist dabei. Das ist wunderbar. Kai ebenso. Das finde ich ja ganz prima. Und dann wollen wir doch gleich mal starten und mal sehen, ob ihr hier mit meinen wahnsinnig schwierigen Aufgaben zum Thema Eisvogel. Und Antje hat sich auch eingelagt. Das klappt ja wie am Schnürchen. Also ihr seht, das ist alles sehr, sehr niedrigschwellig. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Prüfung haben wir auch. Immerhin vier Mitspieler. Dann würde ich mal sagen, Sigrid ist auch am Start. Das wird spannend. Dann starte ich also jetzt mein Quiz zum Thema Eisvogel. Ihr seht, hier beginnt in wenigen Sekunden dann auch gleich das Fragespiel zum Thema, wo lebt der Eisvogel? So, ich bin sehr gespannt, wer die richtige Antwort findet. Drei haben schon geantwortet. Fünf Teilnehmer. Sehr schön. Und ich sehe hier als Lehrkraft schon auf den ersten Blick. Aha, drei der Teilnehmer haben richtig geantwortet. Zwei falsch. Oder wer weiß das schon? Vielleicht gibt es den Eisvogel auch auf dem Mond. Aber ein schöner Versuch. So, wer war der Schnellste? Auch danach geht es nämlich, Kai war der Schnellste, deswegen führt er hier diese Scoreliste an. Ich gehe zur nächsten Frage. Zwei von drei. Was frisst der Eisvogel? Wieder eine wahnsinnig schwierige Frage. Ich bin sehr gespannt, wer sich wofür entscheidet. Diesmal waren alle vernünftig, also alle haben die richtige Frage angezeigt. Wir können wieder mal schauen, wer am schnellsten war. Kai war wieder der Schnellste und wir sehen hier, wieder sausen die Punkte nach oben. Auch das kann ich im Übrigen einstellen, wie viele Punkte eingestellt werden sollen, etc. etc. Und wir gehen zur dritten und letzten Frage. Wie bekommt der Eisvogel seine Kinder? Mal sehen, wer das weiß. 14 Sekunden stehen noch zur Verfügung. Eine Antwort fehlt noch. Perfekt. Aha, einer klappt noch an den Klapperstorch. Das ist eine feine Sache. Warum auch nicht? So, wir haben das Quiz beendet und befinden uns jetzt in einer Podiumsversion. Wir sehen also, die besten drei werden auf einem Siegertreppchen angezeigt. Und Alisa, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen und hast diesen unfassbar schwierigen Test bestanden. Antje und Sigrid sind auf Platz vier und fünf. Wir jubeln alle virtuell für Alisa und natürlich auch für Prüfung und für Kai. Also ihr seht, das ist ganz einfach und fein und jeder kann da ganz unproblematisch mitmachen und jede Frage wurde von den meisten Spielern richtig beantwortet. Hier kommt schon das Feedback. Und dieses Screen ist besonders wichtig und hilfreich, denn wir haben hier jetzt bei Kahoot noch weitere Varianten und Möglichkeiten. Ich kann entweder das Spiel nochmal spielen, eine Rückmeldung bekommen. das zeige ich euch hier. Spieler gibt ein Feedback. Jetzt müssten euch auf euren Smartphones Feedback-Bögen erscheinen, auf denen ihr ankreuzen könnt, ob ihr insgesamt zufrieden seid, ob es schwierig war, ob ihr etwas gelernt habt. Und was für die Lehrkraft jetzt ganz besonders von Bedeutung ist, ich kann mir einen vollständigen Bericht anzeigen lassen. So, das geht so. Ich klicke also auf den verständigen Bericht. Wenn ich diese Option wähle, sollte ich natürlich im Klassenzimmer vorher sichergestellt haben, dass das Screen-Teilen beendet ist beziehungsweise der Beamer ausgeschaltet, denn schließlich ist diese Option für die Auswertung, für die Lehrkraft gedacht. Man kann also sich schon mal auf einen Blick informieren, ob die Fragen schwer waren, ob irgendjemand Hilfe brauchte. Ich sehe also hier ist tatsächlich eine Rückmeldung, dass jemand Hilfe benötigte. Nicht beendet, da haben wir null Teilnehmer, also alle konnten das Quiz beenden. Und auch hier habe ich Informationen zu Spielern, zu den Fragen und auch zu der Zeit, die benötigt wurde. Ganz besonders hilfreich ist, insbesondere natürlich, wenn es sich um ein echtes Quiz handelt, die Variante, dass ich den Bericht herunterladen kann. Und zwar geht das so, ich mache das einfach mal vor. Ich kann mir also all diese Ergebnisse als Excel-Datei herunterladen. Ich habe verschiedene Reiter, auf denen ich die Leistung der einzelnen Teilnehmer feststellen kann, welche Fragen richtig und welche falsch beantwortet wurden, Details zu den Fragen und so weiter und so fort. Also insbesondere bei komplexeren Quizzen kann das eine sehr, sehr hilfreiche, kann das sehr hilfreiche Rückschlüsse erlauben darüber, ob man gegebenenfalls Stoffe noch einmal vertiefen muss und wo besonders Probleme bestanden haben. Das alles sehr übersichtlich, leider in Englisch im Moment. Ich weiß nicht, ob das irgendwann noch auf Deutsch kommen wird, aber ich denke, man kommt auch damit zurecht. Das kann man sich also, wie gesagt, direkt runterladen. Ich lege das mal weg und gehe wieder in meinen, in meine Kahoot-Umgebung. Ich möchte euch nun aber noch zeigen, wie ich dieses Kahoot nicht nur im Klassenzimmer spielen kann, sondern auch im Distanzlernen. Dazu gehe ich noch mal rein in mein Kahoot, wähle noch einmal den Button abspielen und in diesem Fall wähle ich den Button zuordnen. Das ist ein etwas holpriges Englisch. Auch ihr seht hier immer wieder stehen auch die Titel auf Englisch, obwohl ich hier meine Spracheinstellungen bei Deutsch gemacht habe. Ich kann also auswählen, bis wann, sozusagen als Hausaufgabe, Mitspielerinnen und Mitspieler ihr Kahoot bearbeitet haben sollen. Ich lasse das jetzt einfach mal. Ich könnte auch Dienstag 14 Uhr auswählen. Auch das ist auf Englisch, auf amerikanischem English PM ausgewählt. Es empfiehlt sich übrigens hier den Timer auszuschalten, denn da es sich um eine Hausaufgabe handelt, besteht eigentlich keine echte Notwendigkeit, das unter Zeitdruck zu machen. Und je nachdem, wie komplex und wie schwierig das Quiz ist, kann man ja auch erlauben, dass noch Recherchen dazu angeführt werden. Wenn ich nun auf Create klicke, finde ich hier einen URL, eine URL. Den kann ich kopieren, zusammen mit der Spiele-PIN. Und diese Informationen kann ich ganz einfach entweder über eine WhatsApp-Gruppe, über E-Mail oder wie auch immer in meine Klasse verbreiten und somit die ganze Klasse oder die ganze Gruppe dazu einladen, dieses Quiz zu spielen. Wenn die Frist geendet hat, dann kann ich auch hier wieder mir den Report herunterladen und habe auf diese Art und Weise auch für Distanzlernen eine wunderbare Methode durch einen Quiz oder auch eine, es kann ja auch eine Art Prüfung werden, mir einen Eindruck über den Wissensstand meiner Klasse zu verschaffen. Also das ist wirklich eine feine Sache, sehr einfach. Was ich euch noch schnell zeigen möchte, ist, ich habe natürlich nicht nur die Möglichkeit, ein eigenes Kahoot zu erstellen, sondern ich kann auch schauen, was andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon erstellt haben. Ich tippe hier prüfungsweise einfach mal Weihnachten ein. Und ihr seht, es gibt jede Menge Weihnachts-Kahoots, die ich verwenden kann, duplizieren, wenn ich sie also abändern möchte und einfach mal schauen, was andere machen. Also das ist eine schöne Datenbank, die zugänglich ist. Ebenso wäre es schön, wenn ihr das selbst mal ausprobiert. Auch das kann man über einen Button gestatten, dass das eigene erstellte Kahoot in die Datenbank wandert, um es auch anderen Nutzerinnen und Nutzern zugänglich zu machen. Ich zeige es euch nur ganz kurz, wie es aussieht. Also so ähnlich wie das, was ich euch gerade gezeigt habe. Und hier könnt ihr eben so bearbeiten. Dazu erstellt man ein Duplikat und schon kann es losgehen. Also Kahoot einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, die Anmeldung geht rucki zucki. Die Teilnahme funktioniert ohne Anmeldung. Und es ist eine sehr nette Variante, auch mal virtuelle Quizze auszuprobieren. Oder wie ich heute Vormittag aus einem Tweet gelesen habe, dass es ja auch eine schöne Variante wäre, beispielsweise für eine Online-Weihnachtsfeier. Das kann wirklich großen Spaß machen, selbst wenn man nicht zusammen sein kann, ein Quiz sich auszudenken, gerade zum Thema Weihnachten und sich dann so ein bisschen aneinander zu messen und das Ganze ein wenig aufzulockern. Hier habe ich euch nochmal den Link deponiert, auf dem man den Pin, die Pin eingibt auf Kahoot, also das bitte merken. Auf Kahoot trägt man die Pin ein und auf Kahoot.com wird man gebeten, sich zu registrieren. Das war es in aller Kürze mit meinem Web-Talk zum Thema Rätsel und Quizze selber erstellen. Es ist nur eine ganz kleine Auswahl dessen, was euch im Netz zur Verfügung steht. Ich hoffe, ich konnte euch die ein oder andere Anregung bieten und würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das Ganze mal ausprobieren würdet. Wie gesagt, alles geht relativ einfach und macht wirklich großen Spaß, wenn man es mal ausprobiert hat und das Echo ist erfahrungsgemäß wirklich sehr gut. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören, würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder bei den nächsten Web-Talks dabei seid und wünsche euch erst mal viel Spaß mit euren Rätseln und Quizzen. Bis zum nächsten Mal! Ciao! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Wieençaatare?? VdeOicken Das ist auch Betansumuz ströhnter. Çablos mehr seitrij firms einfach mit Tasse, kennenl perdu poo,